Vom 4. Juli bis 5. September kann man im Konviktgarten in Weidthofen jeden Sonntag ab 10 Uhr den Vormittag in gemütlicher Atmosphäre bei einem Konzert verbringen. Musikkapellen aus der Region gestalten jeweils einen Frühschoppen bei freiem Eintritt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am 17. Juli findet in Scheibs die Latin Night statt. Am Rathausplatz lassen Carla, Natascha und Band Salsa und Merengue erklingen. Start ist um 20.30 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Kulturportal statt. Der Amstettner Ferienkurier ist online abrufbar. Alle Angebote für Kinder in den großen Sommerferien kann man auf der Homepage der Stadtgemeinde Amstetten abrufen. Auch M4TV ist mit einem Tag im Studio für Kinder dabei. Musik